Hallo liebe Let's Play Hexball und wie frohe Freunde zu einem weiteren Let's Play Hexball mit Bruce18 bzw. Yannick und Sternchen unterstrich Sternchen, also Ola. Okay, dann lass mal los. Äh, Ola und ich sind in einem Team und Yannick ist halt alleine. Ja, übertreibt nicht. Und wir stürmen halt direkt. Jo. Wir sind zu zweit, ne? Also denkt daran, Yannick. Ah, ich mach euch direkt fertig. Jo. Ich bin im Tor, okay? Ich bin, ich geh ins Tor. Ola. Was? Oh mein Gott. Oh mein Gott, jetzt ging grad die Rolle hin und runter. Perfektes Timing. Nein. Was machst du? Jetzt komm, schieß doch. Ja, ich bin schlecht. Es merke ich. Danke. Ich bin vorhin immer noch am Ball. Nein. 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 1-0. Ja, was ist das erwarten? Ihr seid zu zweit. Oh mein Gott, das war gut ausgegangen. Ola? Ola, was machst du? Nein, aber ich bin ja zu dumm, ne? Sind das... Ja, das bist du auch. Gimmick. Jo, Ola. Okay. Nein. Wie konnte man diesen... Aber es war gut. In Hoffnungsdust einfach. Ich spiel erstmal weg. Gut ausgedribbelt hier. Eine gute Partie. Ola spielt irgendwie gar nicht. Jetzt, jetzt schieß. Ola, schieß deine Chance. Schieß. Nein. Du weißt schon, wie man schießen kann, oder? Ja. Mit X. Oder mit Leertaste. Oder mit STRG. Es gibt so viele Möglichkeiten. Ja. Ich bin ja zu dumm, um den Ball anzunehmen. Ola. Ola, was machst du? Julia hat keinen Bock. Nein, was mache ich? Ich frage mich überhaupt, was wir alles machen. Das ist übrigens das nächtliche Quartett. Also Quartett nicht wirklich, aber wir nehmen nachts auf. Das ist eigentlich uneblich für mich. Es ist richtig nachts. Es ist richtig nachts. Wir haben halb zehn. Oh mein Gott. Komm, Ola, sitz doch nach. Nein, das passiert mir immer. Oh nein. Oh mein Gott, das war's reingend. Aber nicht bei mir. Echt, nicht bei mir. Nein, Ola, mach doch was. Das passiert mir immer. Du bist so unfair. Ich hab keinen Bock mehr. Ich stehe da in der Seitenlinie. Ich bin Tränen. Wo bist du, Ola? Das ist so unfair. Nein. Was tue ich da? 3-0. Ola, du machst einfach gar nichts. Weißt du, wir tauschen einfach gleich die Teams. Echt? Ich weiß. Ja, gleich ist, äh, welches, äh. Janik und, ja, ja. Und Ola. Ihr beide gegen mich. Ja, aber dann bin ich auch nochmal mit dir. Ja, ja. Ja, weil, äh, dann ist das ja trotzdem wieder, äh, das ist ja eigentlich die Einzelnein. Guck mal, sie steht ja hoffnungslos auf der Stelle. Ja. Richtig. Nein, Ula. Nein, nein, geh bitte in Ruhe. Nein. Ula, was machst du? Ula, mach doch mal was. Was soll ich denn? Ihr geht doch mal den Ball hinterher. Jetzt schieß. Schieß weg. Schieß. Das hast du toll gemacht. Ich verstehe. Oh, das war gut. Das war gut. Das war gut. Das war gut. Geh doch mal nach hinten, Mann. Ola, wir wollen nicht, dass es so endet wie bei... Ja, ihr müsst wissen, wir haben mal, äh, FIFA für die Wii ausgeliehen. Über 15 Jahre hatte ich noch gar keine Xbox. Ich gehe die ganze Zeit, die so... Und, äh, ja, und dann bin ich ein bisschen ausgerastet, weil sie nie geschossen hat oder daneben geschossen hat. Und da hatte irgendwie gar keinen Bock mehr dazu, beziehungsweise sie hatte keinen Bock mehr, weil ich die ganze Zeit einfach nur geschrien habe, dass hier so dumm ist, ein, äh, ein Tor zu schießen. Ah, ich kann mich genau noch daran erinnern, dass waren gute Zeiten. Das ist, äh... Gute Zeiten. Schlechte Zeiten. Oh, nein, jetzt kommt er mit beiden Ball. Ich kann es nicht so gut. Oh, oh, oh. Gib doch eine Zeit, die geht nach oben, aber ich weiß nicht, ob du die auf deiner Tastatur hast. Es sieht nämlich, äh, in den Bewegungen zufolge sieht das nicht so aus. Fluffy Unicorns, was? Jetzt mach doch mal was. Oh, mein Gott. Jetzt plötzlich kommt sie. Ja, das ist der zwölfte Mann. Oh, man. Okay, wie machen wir das? Ich passe dir denn nach hinten, okay? Nein, ich mach das nicht. Hola. Was? Komm jetzt. Bin noch nicht fertig. Erstmal, ihr wird hier Fußball gespielt und nicht, äh, geht... Jetzt schieß! Nein! Ja! Oh, das war ein guter Versuch. Schrei. Schieß! Hey, du bist doch da. Oh, 4-1. Das war gut, Hola. Das war sehr gut. Ja, du bist da. Ha, ha, ha. Hä? Ab durch die Mitte. Hola, was machst du? Du, du stehst da und du nimmst den Ball nicht. Komm schon, wir müssen wieder aufholen. Irgendwie sein 1 gegen 1. Ja. Hola macht einfach nichts. Ich spiele Trainer. Jetzt komm. Nee, du spielst Schiri, Alter. Los, 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 los. Komm! Hola! Hola! Du schießt aber auf den Eigentor. Hola! Dein erstes Tor! Hola! Yay! Okay, wir tauschen kurz jetzt noch. Okay. Das ist wohl unfair. Ich geh zu... Okay. Ist okay. Go! Okay, wir sind... Ich bin jetzt alleine gegen die beide. Die beide? Das wird vielleicht ein bisschen schwierig. Ja. Komm, komm! Oh mein Gott, oh mein Gott. Nein, nein, den Ball! Und mach ein Tor! Bitte, 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 bitte! Ja! Oh mein Gott, das ist echt... Das ist echt schwierig. Ich muss... Ich muss echt sagen, Respekt, Janik. Ja. Das war so krass. Ja gut, äh, das war auch Ullas erste Runde, ne? Das ist vielleicht auch ein bisschen unfair. Ich... Ihr seid vor allem auch alles nur Hacker. Was mache ich? Ich... Ich kann... Ich kann mit der Tastatur einfach nicht, ne? Was war... Ja. Nicht mal kriegst du kein Vorher wie letztes Mal. Nein! Nein! Oh mein Gott, ich verliere! Ach, was ist das? Haha. Huni. Ich sag ne How to fight a chicken. Ja. Oder voller dieses eigene Video da. How to... Bye! Ich packe es euch in die Videobeschreibung. Ja, klar, verlinkt es auch noch. Dann sehen alle, welche Videos wir angucken in unserer schönen Freizeit. Was? Ihr habt damit angefangen, mit How to fight a chicken. Äh, hallo. Aber du hast dieses eine Video da angeklickt, also jetzt sagt man... Du hast gesagt, dann klickt schon drauf. Hä? Ne, du hast gefragt, ob du... Hashtag tolle Themen in Hexball. Ja. So könnte man das Video nennen. Was machst du? Hä, das warst du! Du zackst in den Weg. Das warst du. Komm. Komm, umlaufen. Ja, komm! Nein! Einfach jeder von zweifeln. Komm, jetzt mach ihn! Mach ihn! Mach ihn! Du musst nur die Leerdarte drücken! Oh, scheiße. Nein, bitte mach ihn! Oh, das hast du schön gemacht. Einmal in deinem Leben. Ich weiß. Aber ich nicht. Was mach ich da? Ich hab mir gerade den Felsbräum gegeben, mir selber. Okay, okay. So, wir checken dir deinen Plan aus. Also zuerst machen wir das. Ja, dann hältst du den Ball. Genau. Schießt den Ball weg. Schön. Genau, das ist der Plan. Jo, Ola! Ihr habt eine Verschwörung gegen mich bei mir gerade. Spielst du nicht einfach. Schreib einfach irgendwas in den Chat. Und jetzt bist du die beste Torwerte, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Das stimmt! Komm! Nein! Ja, schh! Ah! Yippie, ja, 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 ja. Oh! Gut angefangen. Oh! Hey! Hey! Triss, du holst uns da auch. Komm. Jo, wir müssen was tun. Also. Es war so klar, dass du nach oben ziehst. eigentlich so also du wirst gar nicht machst du viola ich wollte ohne aufer den vortritt lassen ich dachte okay wollen wir machen ist das hier los hier was oder es war es ist hier ich bin davon ich bin davon ja ja auf jeden fall hier aber ich krieg dich auf die reihe nein die hekt alles warte ich spiel nach vorne oh man weg drängt nein nein was ist das man hier fass nach vorne fass doch nach vorne es tut mir leid ich hoffe es jetzt steuer was war das was machen wir da ich weiß es nicht hier spiel nein spiel nein was oh mein gott ich glaube meine mutter kommt gleich in der aufnahme vielleicht können wir auch diese aufnahme mal freundin die tonne hauen nein nein das werden wir nicht okay hier passt nach vorne ich bin aber gut dazwischen gegangen mein fehler ausgewühlt doch jetzt bis hierhin das war so eine schöne flanken was machst du du trägst du schmierst sie mit dreck voll wie einfach deinem tuch schmierst du schmierst du dich mit diesem zweifel da ist irgendwas aus wenn er wirklich so eine Mäher hat wirklich du musst den Ball holen schon du musst den Ball holen sie ist einfach die einzigste die hintigsten komm hol den ball ich bin verderber Die ist... Ich laufe nicht weg! Das war so schlimm. Nein! Nein! Nein, nein, nein! Oh yeah! Okay, komm jetzt. Jetzt vollstrecken wir sie. Oh yeah! Oh yeah! Komm, geh nach vorne! Geh nach vorne! Wunderbar! Ich nehm das einfach ab. Hier, wie in die Mitte! Ja, was? Bring sie ab! Ja, ja! Nein! Was machst du denn? Ich kann's! Wie, oder? Warte, ich kann's! Oder auch nicht? Lass mich, lass mich! Wow! Hauptsache, es gibt so eine Rückstoße und Olaf fliegt einfach mal grad so... Warte, warte, ich kann... Ich kann's ja nicht. Okay. Wir können doch nicht mal zählen, hier, die Meta, ne? Das ist ein Videospiel. Ohne Punkt. Aber Olaf finde ich eigentlich gar nicht, dass er gar nicht so schlecht spielt. Ja, für mich auch. Gut, 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 guck, komm, 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 schieß, 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 schieß! Ja, legendär. Legendär. Jo. Okay, Leute, dann zeige ich mal, war es doch schon mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben. Da. Ja, und schreibt in die Kommentare, ob ihr noch Videospiele habt, die ich gerne... Gerne. Ja. Oh mein Gott, ich habe gerade fast meinen halben Schreibtisch abgerissen. Okay. Ihr schreibt auch in die Kommentare, welche Sachen ich noch let's playen soll. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.